heute bei was ist los zu gast klaus haverecht aus kehl ein wirklich sehr umtriebiger mann er hat schon sehr sehr viel in seinem leben macht was alles wird er heute erzählen klaus haverecht bei was ist los schön dass du da bist freut mich auch dass ich hier heute zuerst mal sein darf ja also ich habe schon gesagt du kommst aus kehl bist du auch dort aufgewachsen oder wo wo genau kommst du eigentlich her ich bin schon ein echter keller ich bin im ortsteil von kehl oder in zwei ortsteile aufgewachsen habe dort auch die schule besucht und dann wo ich anfangen habe zu studieren bin ich dann weg von kehl habe aber jetzt immer noch sehr starke verbindungen auf die wir gleich noch zu sprechen kommen genau verbindungen eigentlich überall hin meine deutsche gerade gesagt du bist in kehl aufgewachsen aber du hast auch gesagt du hast studiert was was hast du denn studiert ich habe zuerst in karlsruhe geht es sie also vermessungswesen mit dem schwerpunkt städtebau studiert und habe dann anschließend als ich bei der stadt rastatt ein bisschen tätig sein durfte noch nachdiplom studien angehängt in der schweiz zum thema raum und regionalplanung jahrelang auch bei der stadt rastatt beschäftigt und auch jahrelang dezernent und unter anderem beim landratsamt und auch unter anderem da halt für für tourismus zuständig was waren denn da deine deine aufgaben bei der stadt rastatt und auch im landratsamt genau was hast du alles so gemacht weil da ging ja wirklich einiges wo du da warst ja gut bei der stadt rastatt kam ich in dieser hochzeit von einem oberbürgermeister rotenbühler und der war sehr engagiert und hat sehr große ziele gehabt und da fiel in den 80er jahren 1980 jahren einmal die erstellung der badnerhalle dann was ganz groß war und was mich auch persönlich tankiert hat damals die daimler ansiedlung also von mercedes die ansiedlung ging ja dann los und da ging los und die ganze planungsrechtliche vorgabe bürgungsplan flächennutzplan was alles heißt das war schon eine spannende zeit das war dann sozusagen bei mir angeordnet und ich durfte mit dem ob er immer wieder nach stuttgart fahren und so weiter mit dem mercedes leute politikers war damals ziemlich große angelegenheit auch umfassende angelegenheit das sogenannte rastatter kompromiss mit den naturschutzverbänden also das war sicherlich einer der kerndinge auch die ansiedlung von wwf wo dann der prinzip plötzlich mal aufgetaucht ist und ist hier mit dem kanu durch die rheinau gegründet das waren schon die herausragende dinge ich muss sagen als die zeit war sehr kurzweilig und da sind auch meine erste beziehung richtung elsass entstanden als da hat sich jetzt das ganze bereich der grenzüberschreitende arbeit auf die man vielleicht auch noch zu sprechen kommen hat sie hat da sein ursprung gehabt weil der damalige obi gesagt ich möchte mal debatisch elsässische bürgermeister gespräche organisieren mal thematisch auch organisieren mal ja und ich war halt immer so für auch für sonderprojekte sehr stark zuständig habe damals auch dann stadtmarketing mit ins lebe grofe initiiert damals gab es das noch gar nicht bei der stadt und das auch alle solche entwicklungen die irgendwo bei mir halt alle damals aufgelaufen sind bis hin zur gründung der verkehrsgesellschaft rastatt als öPNV damals gab es das nicht und da hat pro weise so entsprechende öPNV geschichte organisiert anfangs 80 jahren da ist der stadtverkehr rastatt entstanden und später die verkehrsgesellschaft als ich könnte auch sehr viel erzählen man sieht es ja aber das waren schon so die die große impulse die damals einfach mir gar keine zeit zum atmen nachdenken gelassen habe sondern ich muss da marschieren weil gerade auch so eine so eine ansiedlung von so einem großen automobilunternehmen das ist ja dann auch gerade was total besonderes weil das sei prägend bis zur jetzigen aktuelle zeit ist gerade was arbeitsplätze und struktur angeht oder auch klar gewerbesteuer generell weil ohne mercedes wäre hier vieles in rastatt oder auch in der gegend nicht so wie es jetzt wäre das war schon der leuchtturm der gewerbliche leuchtturm verrastet damals wir waren in konkurrenz zu bremen mercedes wollte bremen als ein standort oder rastatt und da musste mir natürlich schon punkten war im wettbewerb und wir haben gut gepunktet und was ich aber sagen wollte was da ganz wichtig war das unterschätzt man immer sowohl vom politischen seite aus ob rottepäller als auch bei mir jetzt man konnte sich ein netzwerk aufbauen also ich habe beziehungen und kontakte gekriegt hätte ich ja normalerweise schon nie gekriegt bis hoch in die höchste etage zu daimler und mercedes bis hin natürlich auch in der staatssekretäre bei dem ministerialdirektor stuttgart und da hast du dir ein netzwerk aufgebaut wo du im anschließenden gut bis hin zu dezernente dann immer wieder nutzen konntest und das war das eigentliche profitabel auch für mich als person ich glaube auch für die stadt rastatt die hat natürlich dann marketing technisch ganz andere stelle wert gehabt ist im spiegel sogar gekommen und bei vielen anderen rastatt standort von mercedes und so weiter und da gucken wir uns zweimal hin und da kommen wir dann wiederum mit marketing solche sachen wesentlich besser bespiele was jetzt wer geschichtliches museum schloss und andere dinge anbieten weil da war dann sogar mal die region der a-klasse mehr als einmal marketing aktivitäten gemacht die aber dann kreise region der a-klasse weil damals kann man die a-klasse aus wurde hier gebaut natürlich und dann konnten wir natürlich diese dinge wahnsinnig mit mit mercedes zusammen mit einem da hat es damals kreis aber gerade wechselt war das dann immer wichtig dass man jetzt dieses fund natürlich noch mit reinbringen konnte und dann kam die reihen auch noch zu vieles mehr als ich muss sage die die zeit war dermaßen spannend auch lehrreich und du musst dich auch selber als person natürlich weiterentwickeln dass ich wirklich sagt es war einer so der big points der meilensteine jetzt in meinem beruflichen leben sehr sehr spannend auf jeden fall meine klar während deiner berufliche zeit sowieso immer fähig macht und jetzt als als pensionär auch immer noch sehr 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 umtriebig was sagt denn gibt es denn auch mal einen tag wurde nix machst oder fragt dann deine frau ob du krank bist oder gibt es das auch mal dass sie sagst okay heute habe ich mal keinen termin keine aufgabe heute bin jetzt einfach nur daheim ja gut ist das pensionär das das wort nämlich sowieso nicht an der mund oder auch rentner ich denke das ist jetzt auch so stück weit in die gene oder auch nicht in die gene als ich denke für mich ist arbeit nicht die arbeit die sich allgemein jeder vorstellt sondern ich sag es einfach mal die mobilität und für mich wichtig dieses dreieck geist körper und seele dass dieses dreieck funktioniert und im gegenteil seit ich jetzt sagen man nicht mehr in meinem job als dezernent bin bin ich fast nahezu genauso beschäftigt was die stundeanzahl anbelangt weil bisschen weniger aber das ist ja gut für da oben für den kopf denke ich du hast es ja nicht ein und auch für das allgemeinwohl ist gut und ich habe ja nicht umsonst immer wieder lebenslanges lernen propagiert und diese gehirnzellen da oben die brauche ich auch entsprechend das wurde insofern sehe ich das von dieser warte viel entspannter wichtig ist nur dass du kein die stress hast man redet ja immer von stress und belastung jeder heutzutage ich bin so eng und so man muss überlegen ist die belastung positiv das heißt bringt das was machst du das mit leidenschaft hast du auch ein vorteil und ich kann mir auch am abend mal vorstelle ist jetzt auch zu hause schreibe konzeption für irgendwas und habe neben dran ein glas rotwein und ich kann mich dabei also schon für mich nicht die richtige belastung als wenn ich jetzt vielleicht irgendwas anders macht was mir nicht so von der leidenschaft her liegt beziehungsweise wo ich dann machen muss also sprich jahressteuerausgleich oder andere dinge und so da kann man dann wirklich von arbeit und von die stress dann rede und insofern denke ich ist das wichtig und ich habe natürlich auch gerade das private anbelangt meiner frau haben mir ist jetzt auch ihre hobbys ist gut so auch dass du natürlich dann immer unterwegs bist am haus sehr viel gemeinsam weil ich nütze natürlich die chance ich meine stärke ist strukture struktur zu arbeiten das ist wenn ich auf dem termin mal irgendwo hingehe auch am wochenende oder hingehen muss dann gehen wir zusammen im verbund und dann machen wir anschließend etwas privates das heißt ich nutze schon und insofern muss ich sage im moment ist ein bisschen viel im moment aber ich möchte es nicht messen dass ich jetzt auch in dieser zeit sagen wir die leidenschaft noch habe einige dinge zu machen und muss man keinen gedanken machen was ich abends tue oder welches stanzprogramm das ist schon anläuft und so als ich habe glaube ich in den letzten wochen relativ wenig vielleicht mal eine kurze nachrichtessendung angeschaut schon schnicks ich komme gar nicht dazu weil ich viele andere so habe die mich aber interessieren geld die auch weiterbringen genau und die kommen halt von meiner früher tätigkeit wenn ich an die entwicklungspolitik denkt wo ich in asien war oder die konzerte und was weiß ich weiß ich habe ja breite gefächerte geschichte überstehen mich nachher sicherlich noch das andere da zu befragen und insofern und so weiter muss ich sagen bin ich mit der situation rund um zufrieden bis außerdem vorstand vom mittelstandsverband was macht dieser verband oder worum kümmert er sich also ich ja ich bin da nicht vorstand sondern regionalbeauftragter kerry ist an mich herangekommen der bundesverband der mittelständischen wirtschaft ist das größte unternehmen was ich für mittelständler einsetzen und die habe jetzt sagen wir ein stück weit auf mich sind die herantragen gekommen mit folgendem anliegen dass ich sie natürlich unterstützt einmal bezüglich der netzwerkarbeit weil ich natürlich hier mittelbadischen raum alles kennen und dieser vereinigung übrigens über 400.000 mitglieder für 400.000 mitglieder und die haben sogenannte regionalvertretung und die eine region nennt sich rhein-neckar karlsruh mittelbaden ortenau und das ganze abzudecken ist natürlich von heidelberg aus sehr sehr schwer und da hat es natürlich auch jemand gesucht der jetzt so ein bisschen kontakte hat zu den unternehmen die habe ich durch die wirtschaftlichen mittelwerk habe durch meine andere netzwerktätigkeit und sind an mich herangetreten und ich habe natürlich da gleich gesagt okay ich bin gern bereit aber wenige in der akquise sondern mehr dass ich thema themen entsprechend problematisiert thema ansprich die jetzt zum beispiel sehr wichtig sind beispiel mobilität ist so ein bisschen mein hobby güterverkehr jetzt diese ganze lieferkette diskussion data lkw von der straße schiene das ganze zeug und da mache ich so genannte einzelveranstaltungen auch jetzt in letzter zeit auf dem baden airpark wo ich das thema güterverkehr mit namhaften referente dann entsprechend angedockt habe oder stehe auch zu anderer vorrat zur verfügung und natürlich die unternehmen berate in dem bereich auch bist du vorstand von keeler fv was sind da deine aufgabe ja also da muss ich sagen ich bin nicht vorstellen bin präsident seit 26 27 jahren aber es ist weder die schwerer abwertung aufwertung sondern ähnlich was ähnliches oder ja ich bin halt da glücklicherweise bin ich also mich hat man angesprochen 1995 und da war die finanzielle lage ein bisschen undurchsichtig beim keeler fv und dann habe ich gesagt vorstand mache ich nicht und dann hätten sie gesagt ja aber sie wollen unbedingt dass sie was macht ja okay und so ist der präsidentenstuhl da entstanden es gab noch keinen damals und da habe ich heute noch inne gleichwohl heute präsident unserer satzung natürlich auch sehr viel verantwortung hat und auch für die grundziele verantwortlich ist und ich muss und mache jetzt nähe herr kommissar ist auch der marketing vorstand während also präsident drei vorständen einer der von marketing vorstand den mache ich jetzt auch mit und da bin ich am anfang war ich da auch sehr intensiv im operativen geschäft drinnen jetzt mehr im repräsentiven und im grundzüge strategieentwicklung wie wird der verein geführt wir sind ja relativ großer verein mit fünf abteilungen nicht der fußball ist leichter tätig breite sport trennsport habe ich zum beispiel capoeira brasilianische kampfkunst haben wir da solche neue abteilungen auch ein bisschen eingeführt um auch die junge bissel die jungen ein bisschen begleitet zu begeistern also nicht nur einer fußballverein und das ist auch so job wo ich immer sagt wenn du nicht schlecht machst hast du nicht gleich wieder los und wenn du nicht gut machst dann kriegst du nie wieder los das sind so die grundsätze wenn du so ein vereine grundsätzlich eine vorstandstätigkeit der präsidenten tätigkeit machst da gibt es nur zwei wege in welchen schnell wieder weg sieht man ja viele andere beim dfb zum beispiel oder du kriegst nicht mehr weg ja zum nächsten posten kommen jetzt schlag auf schlag pamina rheinpark da ja auch vorstand oder ist das auch falsch da bin ich geschäftsführer vorstand das war ja auch ganz lustige geschichte wie bin ich da dazugekommen ich habe vorhin von dem oberbürgermeister rote bilder gesprochen mit seiner badisch-älsasische bürgermeister gespräche daraus hat sich entwickelt man muss was mehr tun dass die leute sich mehr begegnen dass man mehr miteinander macht über den rhein hinweg als ein übergreifen und dann gab es ende der 80 jahre die möglichkeit eines des nutzung eines sogenannten indirektprogramms bis dahin gab es kein programm auf der eu seite wo grenzüberschreitende tätigkeiten gefördert hätte und da muss man aber sich bewerben und musste mit projekten entsprechend auf sich aufmerksam machen und dann hat es geheißen dann war es wieder bei mir ob er dann gesagt und sagte machen wir mit der unserer raum schafft es muss laufen und dann habe ich natürlich gut achte erstellen lassen und das gut achte hat es bestätigt was mir schon in der ersten zeile so bisschen fokussiert gehabt habe nämlich hier wäre das toll werden wir hier rein übergreifen mit der kommune zusammen die themate die thematik nahe holungstourismus kulturelles erbe die rheinlandschaft das ganze irgendwo das bespielen würde und daraus ist entstanden eine museumslandschaft die jetzt rheinpark heißt mit inzwischen 14 thematischen museen mit zwei naturschutzzentren mit 78 stationen am wegesrande und mit vielen veranstaltungen die der begegnung dienen und das ganze ist dann auch in der verein überführt worden weil da händen sie mich alle angeschaut was machen wir jetzt sagen dass wir halt schon das richtig konstituieren und da haben wir jetzt ein verein gegründet das heißt jetzt das war schon aus dem 25 jahr her und dieser verein der wird finanziert von den ganzen gebietskörperschaften 31 das sind landkreise sind die kommunen die angrenzende der rheinpark da geht er bis vor den toren von straßburg herlesheim runter bis richtung germersheim und auf der linken rechten seite jeweils zehn kilometer vom rhein entlang also immerhin 1000 quadratmeter 1000 quadratkilometer groß 1000 quadratkilometer groß also größer als landkreis rastadt zum beispiel und wir tun jetzt halt projekte hier initiieren mit machers marketing mir tun begegnungen initiieren umsetzen und bedienen uns natürlich so genannte ein paar guides die wir ausgebildet haben das tolles projekt insbesondere immer denkt dass ich nur noch eine person habe die das hauptberuflich macht als geschäftsführerin die frau sitter und das habe ich auch nicht gedacht das ist ja und das ist außer punkt das läuft jetzt so und das schöne ist natürlich hier du machst alles parität ist alles ist deutsch-französisch dem vorstand sind wir genau fünf franzose fünf deutsche mir mir sind überall wenn man in aktionsgruppe irgendwas machen auch immer kann es geht ein überschreiten und das macht richtig spaß und was das tolle ist ich kann wirklich sagen den 25 jahren sind die leute sich näher gekommen und als das mal nicht so geklappt hat wie bei der pandemie da hat es irritationen gegeben dann waren die leute alles sind zusammen gestanden und wir haben eine resolution gemacht nachher manifesten hände es dann richtung berlin richtung stuttgart richtung paris geschickt und dann gesagt so gehen wir nicht mit uns ume umeinander hier an der an der grenze am rhein und das sind also solche aspekte die sind dann schon positiv bei dir auch fest verankert wo du sagst es bringt doch was es hat doch ansätze und das kann ich beim rheinberg wirklich sagen die leute auf der anderen seite von zelz und beinem und die strafe und die rastatter die kommen sich näher und es geht jetzt runter bis in die pfalz und jetzt machen wir kulturveranstaltungen ganz große und so weiter wo man künstler aus alle drei regionen bringen immer in unterschiedliche orte wir beschwilen sie die gesamte raumschaft und mit der stadt rastatt werden wir ja auch vielleicht bald was zusammen machen wenn ich an diese grenzüberschreitenden märkte dann denke wie wichtig ist für dich die deutsch französische zusammenarbeit ich meine du bist ja damit sozusagen ja ich würde sagen aufgewachsen aber groß geworden oder du hast du hast es auch zu wachsen gebracht aber klar wir sind trotzdem ein europa aber wie wichtig ist für dich die deutsch französische zusammenarbeit und zusammenhalt essentiell also das ist ganz wichtig ich denke ich würde sogar ein bisschen ausdehnen als ich bezeichne mich ja grundsätzlich schon als grenzgänger wie du jetzt gesagt hast was er bei mir so dass ich andere in einer grenzstadt aufgewachsen bin also wo ich geboren wurde bin ist noch ein zaun durch käme durch kehl durchgegangen französisch und das andere war deutsch und ich konnte das ganze hautnah sozusagen immer wieder erleben mein vater ist mit mir wir sind fast wöchentlich waren wir in straßburg und im nachhinein hat es war das schon die grundlage für meine tätigkeit nicht durch im grenzüberschreitenden bereich sondern im europäischen kontext ich gehe sogar weiter ich werde nie in die entwicklungspolitik gegangen wenn nicht hier die ursprüngliche gewesen wäre und insofern ist das für mich überhaupt gar keine frage mehr weil ich denke global und handel regional ja und dadurch und da gehört natürlich das automatisch dazu das geld überall und dessen so punkte wo sich viele selber mal hinter die köpfe schreiben sollte weil das ist so sache für mich wo ich mich sehr schwer tue mit dem ganz national ausgerichtete und immer denke so ich lebe vor insel und kann alles selber regeln das geht nicht mehr die zeit hat sich so entwickelt und es ist halt so und dieses interkulturelle bespielen auf alle ebene ist eine grundaufgabe sonst kannst du auch die großen probleme sei es das klimawandel oder anders kann ich gar nicht lösen wenn jeder auf seiner insel lebe man da vor sich hin hast du keine chance um die frage so ein bisschen allgemeiner zu beantworten nur gemeinsam geht es meine du hast auch schon angedeutet gehabt du hast sehr viel auch für entwicklungshilfe geleistet war schon mal sehr viel im ausland für das projekt der brot für die welt habe ich gehört gehabt erzähl mal da bisschen was dazu das war auch ganz wieder lustig da sieht man wieso entwicklung bei menschen gehen kann ich war angefangen in einer jungschar in der kirche war dort mitglied bin dann plötzlich dann aufgestiegen war dann mitarbeiter vom jugendleiter war dann jugendleiter war dann plötzlich im stadtjugendring vorsitzender als evangelische jugend noch und im rahmen von dem habe ich freizeit leitungen durchgeführt da war ich zwischen 19 und 25 an der studiezeit war das hauptsächlich und habe in dem zusammenhang schon damals versucht an aktionen teilzunehmen aktionen zu machen eine aktion war der winteraktion brot für die welt und da haben wir entsprechende aktionen durchgeführt und daraus hat sich ein dritter weltarbeitskreis entwickelt damals mit beladen wo auch projekte verkauft habe und da habe ich kontakte wieder krieg zur gebe an zu anderen und brot für die welt ist dann auf mich zukommen hat gesagt okay der ist engagiert kannst du nicht bei mir in der unterausschuss öffentlichkeitsarbeit und presse gehen da war ich plötzlich da drin gesessen bin in stuttgart gewesen und dazu gehört natürlich dass man auch projekte besucht und dort natürlich auch mal mitarbeitet beziehungsweise sich dann schaut was passiert mit dieser projektförderung wie nachhaltig ist es wie wie evaluierst du das ganze und da bin ich habe ich dann meine erste reise gemacht nach ziel an 1907 dann indien malaysia indonesien sind papfen und viele andere und da sind auch dann wieder folge projekte entstanden teilweise immer noch in meiner funktion als mitglied in diesem unterausschuss öffentlichkeitsarbeit dann später aber als dritter welt und dann habe ich selber entwicklungspolitische studiereise durchgeführt aber also selber mir zwölf 15 leute genommen als multiplikatoren das waren leute von dritten welt läde oder vor von anderen und die sind dann mit mir darunter kreis damit wollen rundfahrt gemacht ins in sri lanka und reisen so habe ich alles selber organisiert damals mit der arbeitsgemeinschaft evangelische jugend mit der evangelischen landeskirche zusammen und so sind die kontakte soweit entstanden dass ich dann kontinuierlich gereist bin ich habe heute noch kontakte nach sri lanka und wäre jetzt wahrscheinlich wieder jetzt ist gerade wieder not dass ich eine faste hungersnot werde ich wahrscheinlich jetzt über den winter noch mal hinreisen weiter unterstützen wir noch ein paar kleinere projekte und es läuft und gerade dieses interkulturelle lernen das hat mir im prinzip so wahnsinnig viel gebracht weil diese ganzen dinge die hell haben ja auch in meinem job geholfen als letzter nennt und als anderer weil du hast du ganz andere blickwinkel weil du kriegst natürlich dann ich meine andere situationen mit von anderen ländern und die kannst du wieder ein bespielen wenn du nicht offen bist für die ganze geschichte das heißt ich habe wahnsinnig von diesem von diesem breit angelegten engagement immer gelernt bereiche sport grenzüberschreiten dritte welt was man alles jetzt schon angesprochen habe habe konnte ich alles input geben in meine eigentliche arbeit umgekehrt aber genauso und das hat natürlich mir am meisten gebracht also ich muss sagen ich bin da richtig gewachsen sukzessive an dieser geschichte ohne dass ich so richtig gemerkt habe das ging halt neppel her wahrscheinlich glaubst du dass ich sage jetzt mal wir weil wir wohnen ja in der grenzregion glaubst du leute die in der grenzregion oder in einer grenzregion wohnen die fühlen sich mehr als europäer wie leute die jetzt zum beispiel in mitteldeutschland wohnen weil sie einfach mehr konfrontiert sind mit mit anderen ländern kulturen oder ja es kommt darauf an wie die grenzregion und die grenzregionen in sich arbeiten also wir können jetzt bei uns wenn man der oberein grabe nimmt hast du einmal geschichtlich gesehen schon sowieso immer eine nord-süd-bewegung gehabt ob das römer war kälte oder andere die sind ja immer durchmarschiert topografisch bedingt war unsere oberein grabe schon immer ich sage jetzt mal wechselseitige beziehungen ausgesetzt was natürlich der vorteil gehabt hat dass dich laufend offener hast du müssen mit der sache auseinandersetzen ob du jetzt dagegen warst ob das gut war oder nicht spielt keine rolle in den hinteren schwarzwald tal oder in irgendjemand ohne dass ich das werden möchte oder in der bayerischen wald kommen wir dir nicht so einfach sind sie damals nicht gekommen und gerade diese raumschaft hier mit den wechselseitig politischen situationen wie oft war es elsass deutsch und dann wieder französisch dann die ganze flößerei die holländer niederländer das heißt das hat schon immer ein stück weit zu uns dazugehört sich mit dem auseinandersetzen zu müssen und ich denke wenn man auch geschichtlich das sieht denke ich ist der partner ja nicht der urpartner ich denke da war schon immer sagen wir eine sehr offene geschichte und das vermute also das merke ich schon das ist hier mehr ausgeprägt als in anderen landesteilen meine vorkommt aus dem schwäbischen aus heiterbach wie gesagt mit das gar nicht werden aber sie aber die tun sich natürlich sagen wir jetzt auch bei der flüchtlings diskussion dabei viele andere stück weit schon schwerer weil das ist jetzt erstmal jetzt bei ihnen fast neues neues gebiet viele wäre erst mit der sache konfrontiert während bei uns hat schon immer dazugehört und bei uns war ja das wäre vielleicht noch viel intensiver geworden damals wenn der reine zu mehr entriert wurde wäre erst durch tulla ist ja dann die bergadigung die brücke kommen die übergänge mehr aber immer noch zu wenig übrigens und so so dass ich schon glaubt dass da größere bereitschaft ist und so weiter gleichwohl muss man sehr aufpassen wie man mit der situation umgeht weil wir müssen natürlich immer wieder sehen wir sind zwar eine raumschaft wir haben viele gemeinsame grundlage aber zuerst mal sind wir jetzt zwei nationen und der franzose von seiner mentalität auch gerade jüngeren und der deutsche zum beispiel mir ticke schon ein bisschen anders und jetzt ist das wichtige und da kann der partner nicht helfen sagen wir das verständnis deswegen machen wir die in diese interkulturelle beziehungen dass man voneinander lernt dass man aufeinander zugeht dass sich das entwickelt dass sich das entwickelt weil franzos wie gesagt in der verwaltung französische verwaltungsstruktur läuft anders zentralistischer wie deutsche auch jetzt die menschen und so weiter und da ist gut dass wir noch ich sage typische elsässer typische badenjahre die von ihrer geschichte her das noch einbringen können können sagen was wir gemeinsam miteinander gemacht habe und deswegen machen wir solche grenzüberschreitende projekte mit dem ziel mehr voneinander lernen mehr begegnungen so weil ich glaube das war damals auch die intention von diesem indirekt projekt und programm von eu seite dass man überall wo solche grenzüberschreitenden bereiche sind zum beispiel das eine bei niederlande ober aachen herlen lüttich das ist auch sowieso grenzregion oder weiter und am paskenland da ist ganz wichtig dass man hier rein übergreifen oder grenzüberschreitend bei der allgemeinen bei uns ist rein übergreifen halt denken kann oder denkt man wie in bradislava das sind alte einfach solche solche dinge wurde wurde und da wenn du das richtig angeht ist dann ist das super fruchtend das glaubt man gar nicht und so bereichern so aber muss natürlich offen sein und man muss ja was tun immer du hast die europa medaille bekommen was ist das genau ist eine auszeichnung für ihre amtliche tätigkeit wenn dich einsetzt im europäischen kontext super sache oder genau das habe ich damals gekriegt von meiner arbeit halt wie gesagt hauptsächlich rheinpark ich habe war damals aber auch zehn jahre lang präsident von der grenzüberschreitende jugendkulturwerkstatt kehl straßburg zwar tolles projekt da hat man als amt am ehemaligen zollhof wo sie also früher abfertigungen von lkws gemacht habe wo der zöllner deine dinger kontrolliert hat da haben wir dann anschließend einen grenzüberschreitende jugendkulturwerkstatt gemacht hauptamtlich mit drei hauptamtliche habe da hiphopfestivals gemacht habe tandem sprachkurse angeboten habe actions paintings gemacht also alles grenzüberschreitend grenzüberschreitende tauschbörse es war richtig tolle geschichte ist finanziert worden auch über indirekt ist überfinanziert war mit straßburg mit kehl und mit dem ortenau kreis und dann leider gottes ist straßburg ausgestiegen weil straßburg hat dann gedacht okay mit den kehler und mit dem stadtjugendringer mit den offenburger das ist ein bisschen zu profan wir möchten höhere klaviatur spielen und wollte dann grenzüberschreitende jugendaktivitäten machen mit karls und mit basel ist natürlich in die hose gegangen weil jugendliche zwischen 14 und 18 sind natürlich nicht so mobil dass sie da 120 km einfach hin und her gehen können zumal zu der damaligen zeit das war in der 1900 zwischen 1998 99 und 2004 die öpnv verbindungen noch nicht so optimal waren so und da muss auch das war so aktion von mir die ich damals ins lebe gerufen habe bis hin zu anderen aktivitäten und dann hat man halt irgendwann mal hat mir der kaspari dann in stein mauen halt diese europa metall dem jahr gegeben als würdigung denke ich auch für viele andere initiative die man aussagen muss die aus die es auch noch mal ein gibt und viele andere die machen auch ganz tolle arbeit ich nehme deshalb stellvertretend verdient ist mit freude entgegen genommen kommen auch schon zum ende jede frage die bei meinem gast immer gleich ist was ist für dich heimat da wo ich gerade bin okay das ist auch auf jeden fall eine eine gute kurze treffende aussage das war auf jeden fall sehr sehr spannend sehr sehr kurzweilig schön dass du da war und ich würde sage die leute draußen die soll auf jeden fall alle mal wissen bisschen über die über die grenze oder über die rein seite drüber schauen und ein bisschen auf die andere zu gehen wenn es nicht eh schon machen das wünsche ich mir auch nicht nur über diese grenze sondern auch mal über ihre eigene grenze gehen oder so genannte teller anschauen lohnt sich auf jeden fall und engagement dank darf ich aussage lohnt sich immer nur gezielt und überlegen was für ein passt dann ist es immer richtig sich nicht unbedingt an mir orientieren müssen weil das muss man auch nicht unbedingt aber jetzt auch spaß gemacht danke für das kurzweilige gespräch und ich hoffe ich konnte ein paar sache aus meinem leben so rüber bringen und jetzt versteht man vielleicht mehr warum da immer durch die gegend saust und nicht nur auf dem sofa liegt geld das war klaus habe recht aus kehl sehr sehr umtriebiger mensch danke dass du da warst schau